Um die Kavallerie, um die Kavallerie. Ich wünsche mal, könnt ihr Befehle mit dem... Also, Sprachbefehle geben. Das wäre ein Traum. Ein Traum. Und dass sie dann auch alles verstehen würden. Ich hoffe, soweit kommt es irgendwann mal in der Spieleindustrie, dass man so sagen kann, kümmert euch um die Kavallerie und so. Ihr wisst, was ich meine, war? Dass die sich dann um die Kavallerie kümmern halt. Alter. Da war wieder ein Lanzenreiter. Den hole ich mir. Bam! Fuck ein Toter. Alter, wenn ich jetzt wieder auf 0 drücke, habe ich wieder irgendwas mit FPS, wa? Das will ich jetzt nicht machen. Aber ich brauche die Taste 0, um alle auszuwählen. Aber meine Bogenschützen können ruhig bleiben. Jetzt haben... Oh nein, noch mehr! Alter, das sind doch über 90, die jetzt schon angegriffen haben. Jungs, ey, schützt die Bogenschützen und greift an. Gut, wir haben alles. Und auch die Kleinen da vorne. Nur noch dieser kleine Trupp da vorne. Dann dürften wir es haben. Ach lol, die kämpfen schon, Welt hier. Ja, dann ist gut. Ich habe gedacht, ich hätte noch so wenige. So, jetzt bin ich noch da und dann sollten wir das gewinnen. Oder dann sollten wir keine Verluste mehr machen, besser gesagt. So, Bauer. Was kämpfst du denn für die blöden, swadischen Leute hier? Das geht gar nicht. Hey, jetzt gibt es kein Flüchten mehr, mein Freund. Ey. Jawohl, ich denke, wir kriegen locker einen gefangen. Und dann wollen die Löse... Dann verlange ich Lösegeld. Aha. Dann wollen die mir den abkaufen. Oh mein Gott. Also, ich hätte nie gedacht, dass wir gegen 225 gewinnen. Aber jetzt heißt es nochmal, Leute auszubilden. Ich denke, hier haben wir viele Leute. Gute Leute sind gestorben. Das ist das Problem. Aber Hauptsache überlebt. Wo sind meine Bogen schützen? Ach, da hinten. Lol. Ja, dann packe ich mal meinen Bogen-Skill aus. Oh mein Gott. Gewonnen. Digga, hau rein. Hau sie rein mit der Axt. Und 19. Hut insgesamt, glaube ich. Gefangen. Ach, fuck, nur einer. Oh, hier werden jetzt aber auch viele befördert. Stimmt, ja. Oh, vier WG-Wachen. Alter, Respekt. WG-Bogenschütze. Infanterie. Also, richtige Noobs haben wir jetzt eigentlich nicht mehr generell in der Truppe. Und ich nehme hier mal Ausrüstung mit für neue Leute. Kopfbedeckung. Nochmal ein Schwert für jemanden. Das Ding. Das Ding. Das Ding. Noch eine Kopfbedeckung. Ich bräuchte noch eine. Und noch ein Schwert. Ja. So. Dann können wir da drei Leute rekrutieren und die gut ausrüsten. Alter, noch mehr. Oh, drei Meister-Bogenschützen. Geil. Wow, das war jetzt nicht schlecht. Aber jetzt heißt es rekrutieren. Jetzt müssen wir wieder... Das ist ja nur die Frage, wohin. Okay, der hat 68, den soll mir vielleicht doch mal in Ruhe lassen. Boah, Jungs, 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 Jungs. Macht mich nicht fertig, ey. Was eine Schlacht. Hat sich ja jetzt schon gelohnt... ...zu... ...aufzunehmen. So, und hier ist wieder alles geplündert, wa? Ja, die haben nichts mehr. Das hier ist aber safe. Ja, super. Wollen sie nicht. Ach, ich kann mir eigentlich auch Nordleute holen, also... ...die blauen. Die kann ich mir eigentlich auch holen. Damit hab ich kein Problem. Null Probleme hab ich damit. Ich bin jetzt irgendwie voll geflecht von dem Kampf, ey. Ich bin voll im Arsch, also... ...es hat mich selig zerstört. Es hat mich selig zerberstet. Hier, die können alle hier... Ich geb dir mal Skills. Fertigkeiten. Hier, Stärke hat sie gebraucht, wa? Ausrüstung. Oh, ne, hab ich jetzt das eine Ding verkauft. So ein Schwertding ins Arrigal. Ach, den geb ich einfach das hier. Oh. So, ich kann mir eigentlich auch neue Skills geben. Drei Stück. Ich wollt mir noch mehr Wegfindung geben, wa? Gut, das reicht. Das reicht locker. Und den hebe ich mir noch auf. Und hier hab ich noch acht. Überzeugungskraft wär nicht schlecht. Erste Hilfe ist eigentlich auch nicht schlecht. Konstrukteur brauchen wir für später. Hebe ich mal A3. Den Rest behalte ich. Hier, Bogenschießen kann ich mir noch geben. Geil. 100 Bogenschießen. Perfekt. Oh, ich kann mir auch noch Ausbilder geben. Das wär nicht schlecht. Kann ich mir Ausbilder geben? Wo ist denn überhaupt Ausbilder? Hier. Jo. Damit die halt schneller ausgebildet werden. Was gar nicht so dumm ist. Da werden die auch über Nacht schneller ausgebildet. Also, wird mehr Erfahrung. Oh, ja. So, nochmal hier. Und dann geht's trainieren, Jungs. Dann geht's trainieren. Ach, kommt. Ist das nicht euer Ernst? Ja, der überlebt das auch noch. Oh, das war jetzt aber ärgerlich. 30. Dann halt nochmal. Freiwillige. 30. So. Wir haben jetzt wieder 58. Und können jetzt schon wieder ein paar ausbilden. Tja, das meinte ich nämlich mit Ausbilder. Haha. It läuft, it läuft. So. Haben wir hier irgendwelche Loops, die meinen, sie könnten mich besiegen? Oder wollen wir vielleicht mal wieder eine Runde plündern gehen? Mag der mich? Okay, der geht schon mal weg. Das ist eigentlich ganz gut. Dann plündere ich das hier mal. Weil ich's kann eben. Ähm. Ne, ich behalte den lieber nochmal. Den Graf von dem. Warte auf ein anderes Angebot. Nein, 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 nein. Beeil dich. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Beeil dich, beeil dich, beeil dich. Schaffe ich. Locker. Ach gut, die wollten noch gar nicht zu mir. So, haben die Brote. Nicht mehr so viel eigentlich. Käse kann ich eigentlich mitnehmen. So, dann geht's jetzt ans Eingemachte, Freunde. Samt. Sehr schön. Das gibt da nochmal ein bisschen was. Lol. Schon voll. Inventar, Handhabung und so. Charakter. Inventar war doch irgendwo hier unten. Momentar Verwaltung. Gebe ich mir nochmal. Zwei. Okay. Dann haben wir jetzt nochmal zwölf Slots mehr. Nehmen wir nochmal die vier damit, wie immer. Dann geht's wieder mal ans Verkaufen. Und zwar nach Zagoff. Alter, alter. Ich bin immer noch so gefisste von dem Kampf. Aber ehrlich. Aber ehrlich. So. Der Warenhändler. Was hat der denn so schönes? Der ist wieder pleite gleich. Und zwar genau jetzt. Der Warenhändler hat auch nicht gerade schöne Sachen. Das Schild ist auch schon irgendwie voll im Arsch. Aber das kostet 2000. Das können wir uns so locker leisten. Widerstand 0. Widerstand 21. Tausch, Junge, Tausch. Achso. Kriegen wir das wieder rein in den Preis? Kriegen wir nicht, oder? Ne. Oh mein Gott. Wir müssen was bezahlen. Ih, wie eklig ist das denn bezahlen? Okay. Ich könnte ja eigentlich mal die zwei Sachen verkaufen. Bringt aber auch nicht gerade viel. Aber wenn wir schon hier sind, können wir doch eigentlich nochmal die Schenke gehen. Karawanenwache. Und das war's schon. Und da will mich wohl irgendeiner angreifen. Chill mal, ja. Chill mal. Danke. So. Dann packen wir das mal wieder weg. Und wollen hier keinen Stress anfangen. Megaschild, Junge. Megaschild. Echt geil. So. Vielleicht ist hier oben ja noch irgendjemand. Ja. Buchhändler, nein. Aber den können wir... Ne, das ist nur ein Reisender. Schade. Okay. Dann heißt es, gehen wir... Dann heißt es wieder ein bisschen zerbersten. 107. Ich bin... Tod. Ich bin tot. Ich weiß nicht, ob ich tot bin, weil... Ich habe nicht so viele ausgebildete Leute. Ich habe sehr viele Loops. Ich habe sehr viele Bauern. Die kommen einfach so. Die haben keinen Respekt vor mir. Okay. Infanterie, Angriff. Alter, da war wieder einer mit einer Lanze. Geht weg, Pferde. Geht weg. Geht weg. Alter. Vor denen habe ich jetzt schon Respekt, ne? Boah. Hätte der ein Tempo drauf gehabt mit seiner Lanze. So, Infanterie greift an, ne? Ja. Bogenschützen konstant. Gut, dann helfe ich mal meinen Leuten gegen die Kavalerie. Oh, lol. Da ist noch einer hinter mir her. So, komm, Bogenschützen. Haut mal rein. So, die Infanterie der Noobs sind auch schon angekommen. Die ist auch schon da. Aber lieber nochmal hier helfen. Lol. Zwei. Einer ohnmächtig, einer tot. WG-Infanterie. Das ist eigentlich ein besserer. Aber wenn wir das überlebt haben, was wir auch machen werden, heißt es erstmal schön ausbilden, schön befördern, weil die kriegen ja sicherlich sehr viel Erfahrung. Warum haben wir hier immer noch so einen Fuzzi, der unsere Leute tötet? Das kann's ja nicht sein. Oh, lol. Oh, lol. Helfen. 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 Oh, die flüchten alle. Nice. Nice one. Jetzt nicht mehr. Wegen der Unterstützung. Fuck. Unterstützung haben die. Ich wünsche, hier gibt's so einen Button mit Rückzug, dass die sich mal so irgendwie so hinter die, ähm... Hier, ich kann doch eigentlich auch so... Mal 30 Schritte vormachen und wieder mal... Das ist meine Bogenschütze auch mal vorkommen, ey. Das gibt's ja gar nicht. Gut, der ist tot. Auch tot. Oh, oh, oh. Weg hier. Was ist jetzt mit meinen Bogenschützen hier? Hau doch mal rein, Jungs. Oh, wieder einer tot. Oh mein Gott, nicht gut. Aber die paar Verluste können wir, glaube ich, verkraften. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hauptsache es sind keine Wege erwachen oder Meisterbogen. Okay, Meister... Oh mein Gott, warum haben die immer so viele, ey? 107, ey. Das sind doch... Ihr müsst mehr vor, ihr müsst mehr vor, damit ihr mehr Zielgenauigkeit habt, ey. Jungs. Also, mit ihr meinte ich die Bogenschützen. Das seht ihr ja auch hier unten im Chat. Oder besser gesagt im Killfeed. Immer weiter vor, Jungs. Immer weiter vor. Aber keine Verluste mehr. Also, ich glaube nicht, dass wir jetzt noch Verluste machen sollten. Das wäre relativ ungewöhnlich. Ach ja, irgendwie tut es mir doch schon leid, diese unausgewöldeten Bauern zu töten. Ärgerlich. So, immer weiter vor, Jungs. Immer alle töten, was geht's. Alles, was uns angreift hier. Was greift der eine uns eigentlich auch an hier? Was will der überhaupt von uns hier? Meint der wirklich, er könnte uns töten, oder wie? Vielleicht können wir den ja auch gefangen nehmen. Sieg! Jungs, Sieg. So, viel getötet. Äh, getötet. Ein Rekrut. Können wir verkraften. Ein Nordrekrut auch. Und ein Infanterie. Nicht so gut, aber egal. Hab's, du willst. Was ist denn das für ein Schwert?